Jogas muss auf dem Blut Gangster ist back Wurft der 18 Port already of lightning returns so um die Stockmann die Zeit obwohl warum soll ich das alles jetzt machen Bullshit wir holen jetzt erst mal die Fragmente für 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 Sarge das ist schwachsinnig das können wir alles ganz am Ende machen fuck that shit deswegen Teleportation 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 noch genau Death Dune Spawn so okay okay you should know how to make a girl wait don't you let's do this sorry yeah fang is back guess guess fang is back okay ähm Eidix im Schwanz 8 von 3 krank genau aus diesem Grund sollte man ganz kurz hierher Monsterhack Wüstenrose 3 Stück trockene Schuppe ach Gott ach so habe ich das jetzt nicht angenommen ähm Naturalpanzer haben wir gehört auch dazu so gut äh Karriere machen Totengebüß haben wir auch genug das sind ja diese Skelette ähm Totenkopfsplitter das sind die Dinger die man in den Ruin von den Skeletten einsammelt und äh Wüstenrose ist dieses Riesen das größte Viech sozusagen hier das ähm nur mit also das ohne Beine da und Trockenschuppe das ist dieser Fisch der im Sand sich während des Kampfes versteckt ähm Eidechsenschwanz ist das was ich grad überhaupt nicht bekomme und das verstehe ich nicht neuer Auftrag Begehende Ware Eidechsenschwanz 5 von 5 wenigstens 5 Stück aber jetzt haben wir die auch nicht mehr zu den Waffen Naturalpanzer äh Naturalpanzer von Krankach keine Ahnung keine Ahnung gut ähm Gobletfellknall 99 Totenkopfsplitter haben wir nur noch 3 krank krank Totenkopfsplitter bekommt man von Felix alles klar ähm wieder neue Aufträge what was ist denn hier los doch nicht hab ich das nicht an hab ich irgendeins nicht angenommen achso das hab ich nicht angenommen Erinnerungsmünze sorry hab ich das angenommen ja hab ich das angenommen ja hab ich das angenommen ja Hauptmission aktualisiert neuer Auf schon wieder wo denn was denn für was denn ich glaube wir müssen wieder zurück nach Yusen an okay da haben wir jetzt schon mal genug abgegeben Luxarian ja nach Luxarian sollten wir gehen gut mal gucken was es da gibt ja ja hier Missionen abgeben so schnell wie möglich so jetzt ist noch mal Luxarian dran äh hier hinten Spendegolde Auszeichnung habe ich immer noch nicht hier scheint es nichts Neues zu geben ja dann mal ganz kurz was anderes ist sie hier sie ist nicht da toll kann man auch nicht reden Mist jetzt hätten wir diese Spendegolde Aufzeichnung wahrscheinlich bekommen gut wo können wir jetzt noch denn was können wir jetzt noch machen was können wir jetzt noch machen es ist erst dann 20 40 die Anhalt zu den zu dem Wort bleibt vielleicht kommt da ja wieder was neues auf uns zu weil da steht ja Missionen aktualisiert aber wir haben ja davon nichts gesehen wir wollen das für Sarge und Darge so schnell wie möglich erledigen so so Tschöko-Professor ja ha 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 lustig nichts kommt es jetzt mit dem Tschöko-Bo eigentlich vor da ist schon mal Whitey passiert hier jetzt was nein passiert nix wow endlich mal neue Monster krank ich will gegen sie kämpfen damit ich mich wohin wohin soll ich mich teleportieren wohin soll ich mich teleportieren ähm für für Luxurion ist es noch zu früh wir könnten nach Yusnan zurück wir könnten in den Death Dunes das würde zu lange dauern und hier was gibt es denn hier noch so zu für die ein Bämow sehr nice sehr nice mehr EP als nötig gehen wir mal kurz da rein vielleicht gibt es da was was ich vergessen habe geht da nicht ich sehe was aus gut annehmen annehmen mehr Gizar crowd mehr Gizar crowd mehr Gizar crowd Gizar crowd Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4 so ne der sagt eh wieder nur das gleiche die Assistentin ist nicht da die Assistentin ist nicht da lass mich mal kurz gucken da hinten dafür brauchen wir noch viel mehr Felsmaulwürfel das will ich erst machen wir wieder hingehen aber das brauchen wir in der Hauptmission und da kann man nicht durch hier doch dieses Scheißmonster ihn nicht auf da war aber schon da war schon wir teleportieren uns jetzt nach um Teleportation what the fuck am Ado in Wawa talking so weirdly okay ist wir haben genug Zeit wir gehen zu den Deftunes wir gehen zu den Deftunes wir gehen zu den Deftunes und gucken ob es da nichts gibt die sechs EP sollten reichen aber es ist nicht letztes Mal versprochen dass wir in diesem Part nur ganz kurzen die müssen dann sind und dann direkt zu den Deftunes gehen doch das habe ich glaube ich Gucke ist dort zu tun sehr schön war doch eine gute Idee her zu kommen bla 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 ja irgendwas ist mit den Ruinen los die sie sie okay die ja wie auch immer labert über mich scheiße da war doch gerade noch jemand mit Fragezeichen oder nicht sie gerade weggegangen voll idiot hier ist einer für eine Mission ich weiß ich weiß du bist der neue Bandit die jeder spricht, nicht wahr? naja 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 oh naja antisocial naja 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 Jameis former Bandit former naja 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 I drink a whole ocean of chaos if it drown my sorrows I've been away from the desert for a while now, but I came right back when I heard about you, girly and what do I have to do with anything? sit back and let me tell you the tale about my days is a greedy bandit I'd do anything I'd pick a rule and clean and then go right back out for more even someone like me had a family we may not have been related by blood but my kids loved me like I was the greatest but 156 years ago on a day I can't forget a day I don't want to remember then don't no one's asking you to hold on, please I've come all this way at least hear me out that day I had taken the kids with me to the ruins it was just a regular day of exploration until those damn skeletons appeared it wasn't time to get the kids away it's only one who survived was you so you've been blaming yourself and plotting your vengeance is that it? you overestimate a drunk like me you think a washed up loser like me has the guts to stick vengeance? I just turned tail and ran away straight into a bottle all I could do was hate those skeletons from afar okay, you can't think of this conversation I did, sorry and I heard that 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 what is that here? Metal Gear Solid V? I know it's too much to ask a stranger I'm kidding ah, no we should the skeletons outrotten never mind that now we make it for only one im Sinn also mit Sinn na da ist doch der Typ der weg ist der hat auch Talent so mal gucken haben wir eigentlich den kleinen Jungen so ein Ding schon wieder gegeben? ich glaub schon ja genau der Typ verkauft euch die die Crux Ähm, ich nehme da jetzt einfach mal drei mit. Eins, zwei. Drei. So, drei schick. Nein. Passt. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hoch und gucken nach. Ich glaube, die Richtung... Neuling? Nein. Falsche Richtung. Der scheint nicht mehr, doch. Äh, begutachten lassen. Eta, boah, geil. Geil, geil, Eta. Eta. Für einen Übertrank. Eta ist zu. Mächtig Turbo Eta. Krank. Krono los. Alter. Das wusste ich ja gar nicht. Eta ist... ist... ...mit Abstand... ...das dopiste Mittel... ...ja, das darf man so sagen. Das dopeste Mittel, ...das man hier in-game bekommt. Weil du mit Ether hier so gut wie alles machen kannst. So. Ich glaube, wir haben genug Zeit verschwendet. Was wir jetzt machen... Ich wäre gern um 12 in Luxurien, deswegen stoppen wir hier die Zeit. Das Erste, was wir machen, das ist... Wir gehen, wo war der... Entweder war es der... Ja, der hier war es. Also wir gehen hier hin... Tempelruine Nordtor. Tempelruine Nordtor. Alright. Tempelruine Nordtor. So. Hier ist auch gleichzeitig der Typ. Okay. 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 So. 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 Jess was empty, fuck. Gibt sie hinten was? Das sieht ein bisschen verdächtig aus. Nein, okay. Sah nur verdächtig aus. So. Jeder wäre da jetzt eigentlich gestorben, aber Lightning ist halt Lightning und Lightning ist halt King. Oder Queen. Zerrissenes Leder, yeah. Mann, war das eine gute Idee, von mir wieder her zu kommen. Ja, ich mach das nicht nach Plan, ich mach das alles spontan, ob ihr es glaubt oder nicht, in euer Gesicht. Kranker Rhyme so. Fail? Einfach mal fail? Nein? Einfach nein? Nein. Das machen wir jetzt ganz bestimmt nicht. Ach komm, das brauchen wir eh nicht. So, unser nächstes Ziel. Weg da. Warum kommt da so krasse Musik bei so billigen Gegnern? Ich verstehe das nicht. Mit dem ganzen Weg zurück. Hätte ich gewusst, dass hier das falsche Ding ist. Verdammt. Egal, so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht verloren. Zerrissenes Leder. Zerr, weg. Fuck. Okay. Ähm. Krankes Teil. Sollen wir zu den Kaktoren rüber gehen? Wir gehen zuerst, gehen wir diese Dinger durch und das nächste... Ja genau, dann können wir ja gleichsichtig da hingehen. Was ist das hier? Tafelschrein getrocknete Flutlande. Alright, let's go there. Tafelschrein getrocknete Flutlande. Let's do this. Hier kommt auch dieses Wüstenrosenmonster. Ich glaub drei von denen muss ich noch gönnen. Ich guck mal ganz kurz nach. Ähm. Falsch. Ähm. Missionaufträge. Magische Wunschtafel. Ähm. Ähm. La tu panza. Bla bla bla. Wistenrose. Noch drei Stück. Okay. Na, ich dachte, hier geht's komplett runter. Und nix. Alright, alright, alright. Wieder diese Goblinmeer von den... Äh. Ja klar kriegen die mich zuerst. Whatever. Wieder so epische Musik für so 0815 Gegner. Ja Gott, verdammt. Ich kann mich doch von denen vergiften lassen, ich Idiot. Ah, dass ich nicht früher drauf gekommen bin. Auf jeden Fall hier auch ein Grund... Ja. Ist hier noch ne Energieeinheit? Jawoll. Perfekt. Jetzt hab ich genug Energieeinheiten. Für unseren Robofreund. So, genau deswegen hab ich mir extra... Drei Stücke... Ich besitze elf. Okay, das ist ein bisschen zu viel. Hätte nicht gedacht, dass ich so viele hab. Da hätt ich mir die gar nicht geholt. So, und hier ist das erste Dings da. Oh, ja. Ja genau, Bagdi hilft. Ähm. Ja genau. Plötzlich, nachdem man das Ding da entfernt hat, passiert sowas. Totengebiss. Moment hier. Ähm. Ähm. Äh. Äh, hä? Okay. Wie auch immer. So. Alright then, Nummer 1, Nummer 2, Totenkopf. Jawohl. Ähm, war da hinten nicht noch eins? Oder? Warum haben die mich jetzt gekriegt? Damn. Hm. Weg. Weg. Alright. Sechs. Gut. Dann hier weiter. Mann, ich muss die Zeit stoppen. Ich wollte doch wieder nach Luxurien zurück. Um nur. Eigentlich habe ich zwischen 0 und 6 Zeit. Warum mache ich mir so einen Stress? Okay, dann. Ähm. Wieder diese Dinge da. Egal. Mehr EP. Weniger von den Viechern. Let's do this. Ja, whatever. So. Jetzt direkt zu diesem Kaktor-Ding da. Schnell, 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 schnell. So, zack. Das müsste... Hä, was ist das? Achso, der Kaktor. Ich dachte gerade, sind das irgendwie... Ist das eine Monsterversammlung oder sowas? Und warum taucht die nicht diese Wüstenruhe? Achso, es ist wahrscheinlich zu spät. Also, von der Zeit her. Der sieht mich einfach nicht. Der sieht mich einfach nicht. Und von dem kriegt man diese Trockenschuppe da. Ja, genau. So, jetzt gehen wir hier hin. Und hier hinten... Wartet mal ganz kurz. Äh. Bin ich richtig? Ja, da weiter oben. Da weiter oben. Da seht ihr schon... Komm schon, gib mir einen Eidechsen-Schwanz. Warum? Warum? Ist es jetzt auch ein Viech, das den Sturm hier verteidigt? Das wäre jetzt ein bisschen lächerlich. Der hat mich genau entdeckt, als ich ihn angegriffen habe. Gangster. Okay. Ähm, einmal hier hin. Yep. Hab ja zehn Stück. So, und hier ist ein... Äh, jetzt weiß ich, warum ich so viele IP brauche. Das werdet ihr gleich sehen. Ist der empfindlich gegen... Ich hoffe es mal. Vielleicht ist er auch empfindlich gegen Eis. I don't know. Nee, Blitz, Rot, Gold, passt. Jawohl. Gott, verliert der wenig. Der ist schon etwas nerviger. Ich probiere mal Eis. Nein, der kriegt von Eis plus, verdammt. Jetzt haben wir wieder den sein komplettes Leben aufgeladen. What the hell am I supposed to do? Der verliert doch nur eins. D-Protest. D-Wahl. Ich hab keine Ahnung, was ich gegen den machen soll. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich hab's total verkackt. Ja, jetzt müssen wir die ganze Zeit so angreifen. Das ist doch total bescheuert. Ja, was soll ich machen? Egal. Immerhin haben wir die Hälfte schon weg. Ähm. Ich glaub, das meiste liegt an Fang, dass du so viel verloren hast. Danke dir, Fang. Einmal so, einmal so. Bringt das etwa mehr? Kommt schon, wir haben's doch gleich. Ich will keine EP für den verschwenden. Obwohl, das könnten wir eigentlich... Na komm, das muss jetzt reichen. Jawohl. So. Du hast die Spezial-Aphro-Ausgerottet. Gut, Mütigkeitsfragment. Yes! Genau das wollten wir. Genau das wollten wir. Genau das wollten wir. Egal. Ich will, dass sie sich mit dem letzten Teil der Familie mit der Familie erhältst. Genau, Lightning? Genau. Weil ich verloren habe, Sarah, oder? Genau. Aber es ist nicht die gleiche Sache. Ich bin Angst, dass ein Koffer von Säuern nicht zu retten, Sarah wird nicht zu retten. Sehr schlecht. Du musst einfach herausfinden, wie sie sich selbst retten, oder? Das ist das, was ich planen, zu tun. Ich brauche keine Hilfe von jemandem. Especially nicht von dir. So Habe ich das gekriegt? Eins, zwei, drei, vier Jetzt fehlt uns nur noch eins Und wisst ihr, wo wir das herbekommen? Ja, ihr wisst es Von der Choco Chick So Eindexen schon Na endlich Na endlich Ist das ein Viech da hinten? Ja Ich dachte es kommt jetzt nur noch Aber Schwert wäre es Fats ab Ja natürlich Nicht Ich war zu schnell Okay Geh weg Geh bloß weg Komm schon Warum so langsam What the hell So Passt Alright Zack Jawohl So Hier gibt es Eine Menge Menge Dinger Ähm Zuerst das hier Schlüssel zur Wüste Dann das hier Dann Energieeinheiten Sein Vater Dann hier 4 EP Dann hier Ein Da sollte er eigentlich nicht da sein Der hat sich da irgendwie eingeglitscht Und jetzt Der Typ da Der hat eine der schwierigsten Missionen überhaupt Ich mach das kurz weil wir nicht mehr so viel Zeit haben Er will Dass wir alle Monster die hier sind ausrotten Dass es keine mehr gibt Und wir müssen die nicht machen Wir können die aber machen Und wenn wir das geschafft haben Wenn wir der einzigste Mensch mit einem Weltrekord Dann sollen wir zu ihm zurückkommen Weil er irgendwie der älteste Mensch hierher ist Und ähm Ja Dann kriegen wir irgendwas krasses von ihm So Gut Das ist somit die zweitschwierigste Mission im Game So Was wir jetzt machen Ist Ähm Wir teleportieren uns mal ganz kurz Oder so werden wir das mit der Wüstenrose machen Ich probiere das jetzt noch schnell mit der Obwohl wir haben gar nicht mehr so viel Zeit Shit Nein wir teleportieren uns jetzt Ähm Zu Bahnhof Gucken Ob wir das letzte Fragment kriegen können Na komm So Hoffentlich eigentlich gar keine Mission mehr erlegt haben Der Chokobofresser Immer noch nicht Gut Wir sind umsonst hergekommen Ähm Nein gut Dann 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 Wohin führt uns das Ding Wohin führt uns das Ding Nach Luxarian oder zu den Wildlands Wir haben nicht mehr so viel Zeit Wir haben nicht mehr so viel Zeit Fuck it Ich benutze Teleportation EP-Fähigkeiten Teleportation Ähm Bote auch dieses Monster öfter auf Weiter oben Wünscht mir Glück Na komm So Ähm Dann einmal Hier So wir haben ihn gesehen Bla 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 Der hat keine Hoffnung mehr Denn seine Frau ist gestorben Der ist jetzt aber glücklich Weil wir ihm das Ding wieder zurückgegeben haben Danke danke Bitte bitte Er ist auch cool Mission erfüllt So der Kaktor ist hier Wir müssen Da lang Tafel schreien Atmos Sanse Atmos Sanse Alright So hier noch mehr Eidechsen Ich guck mal Von was ich Wie viel noch brauche Und genau da vorne Ist der den wir brauchen Renn bloß nicht weg Bleib bloß stehen Renn bloß nicht weg Bleib bloß stehen Renn bloß nicht weg Bleib bloß Okay Ey der kann mich ja auch Infekten So komisch das klingt So genau Keep it Go and fang So einmal das Einmal das Und jetzt das Sehr schön Nein Er hat mich doch gerade So jetzt nochmal Check Was brauchen wir Von was Wie viel Magische Wunschtafel Goblet Feldknollen Haben wir Top Splitter Das heißt Zwei Felixe Zwei Felixe Achso nochmal Dieses Riesenmonster Ding Zwei Felixe Zwei von Dessen Riesen Da Zwei Felixe Zwei von Dessen Riesen Wir haben erst Vier von Dessen Oh god Komm tauch Nochmal Auf Nee nicht du Ist hinten Nee da haben wir Schon mal Nachgeguckt Ähm Wo sind wir denn Gehen wir Der müsste eigentlich Öfter hier auftauchen Wenn dieses Vieh hier Verschwinden Wäre mal Jawoll Mist jetzt kann ich nicht machen Hoffentlich verschwindet der nicht Er hat uns nicht bewährt Yes Ja damn Ich sollte mich mehr schützen Haha So okay Einmal so Einmal so Einmal so Ah das hat noch nicht gereicht Haha Na komm schon Setz irgendwas ein Nicht das schon wieder Ja dann stirbst du halt Nicht mein Problem Ah jetzt Jawoll So jetzt Ähm Nektar Typ 2 Und schon wieder Und Tonikum war Halt TP und ATP Vollständig Brauchen wir nicht Äh Gut Jetzt können wir ihn besiegen Äh lauter Zustandsveränderung Dann halt so 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 jetzt greif an Sehr schön Ich glaub das war's Ja Das hätten wir jetzt auch Very nice Gut Wir zwei Dinge auf einen Schlag erledigt Ähm Falsches Ding Ah nein Naturpanzer Nein Wissen Einmal müssen wir ihn noch killen Mist Gut Hoffentlich kommt er uns entgegen Dann machen wir das nächste Mal diesen Panzer da fertig Soweit wir ihn finden Da hinten ist einer Ha Ich slide ganz ruhig zu dir Du siehst mich Nicht Sehr gut Haha Warum auch immer Komm schon Komm schon Komm schon Ich Idiot Damn Wo waren nochmal diese Panzerdinger da abzufinden Ja du stirbst jetzt sehen Alles klar Jetzt haben wir genug von dem Ja dann Lasst teleporten Teleportation zum Bahnhof Alright Geht Whatever Endeavor It is My cooking Just so you know Just so you know So Wir haben ja erst 10 von den Fuck Gut wir müssen 20 von diesen Trocken schuppen Einmal diesen Diesen Panzerigel Und Zwei von diesen Felixen Ist eigentlich gar nicht so viel Aber dieses Eidechsen Schwanz Das ist Nicht cool Auf jeden Fall Speichere ich hier ab Thanks for watching Das nächste Mal gehen wir auch in die Ruinen rein Um Ähm Etwas mehr Abwechslung zu haben Und Ähm Ne Ehrlich gesagt nicht Ehrlich gesagt nicht Wir holen uns schnell die Monster Obwohl What the fuck am I doing Wir machen das jetzt so Teleportation Luxarian Nordbahnhof Da gibt es auch noch ein paar Missionen zu erledigen Und dann speichere ich hier ab Damit wir wissen was wir hier weiter zu tun haben Denn die Missionen sind jetzt erstmal hier wichtiger zu erledigen Damit wir weiter mit SARS Mission weiterkommen Thank you guys for watching Hope you liked it See you on the next part The Blue Gangs is out Peace YouTube Word